Hallo Paul, schön, dass du da bist. Wir reden heute über deinen Studiengang Soziale Arbeit. Was macht denn den Studiengang Soziale Arbeit in Bremerhaven so besonders? Also ganz besonders macht ihn der hohe Praxisanteil, finde ich, dass wir von Anfang an in Einrichtungen mitlaufen können und so jetzt ab dem ersten Semester Einblicke in die Praxis der sozialen Arbeit bekommen und die Transaktionsanalyse. Transaktionsanalyse, was ist das denn? Was lernt man da? Das ist ein Modell der Psychotherapie eigentlich und wir benutzen das oder lernen es als Beratungsmodul und man lernt da ganz viel über die menschliche Persönlichkeit, Kommunikation, Entwicklung und und wie man professionell mit schwierigen Lebenssituationen umgehen kann und da beratend unterstützen. Und wie fügt sich das Ganze in den Studiengang mit ein? Also es fügt sich in Form von Seminaren ein in den Stundenplan, die dann im Semester verteilt stattfinden. Das Ganze beinhaltet eben unsere Kommunikations- und Beratungsmodule, wobei wir auch noch zusätzlich andere Beratungsmethoden kennenlernen und so einen ganz bunten Überblick bekommen. Ah, cool. Und die letzte Frage wäre, was begeistert dich an deinem Studium? Eine Sache ist auf jeden Fall auch die Transaktionsanalyse, weil ich es als großes Privileg empfinde, dass wir das lernen können im Studium. Normalerweise ist das eine Zusatzausbildung, die man nach dem Studium teuer selbst bezahlen müsste, wenn man sie machen wollte. Und wir kriegen es halt von der Hochschule geschenkt. Und gerade in Kombination mit der Praxis, in die wir von Anfang an eintauchen, lässt sich das ganz wunderbar anwenden. Und ich habe das bisher als große Bereicherung erlebt. Alles klar. Vielen Dank.